Genießen Sie jetzt Ihre Privatführung durchs Videostudio, die neue Live Hybrid Event Location im Zentrum Wiens. Unsere Lobby, Empfang der Gäste, ob Rezeption, Anmeldung oder Drinks an der Bar. Viele Möglichkeiten für einen überzeugenden ersten Eindruck. Ebenso ausreichend Platz für Ihr gewünschtes Catering oder Buffet. Mein Name ist Carina Ernhöfer, Ihre Organisationspartnerin. Und weiter geht's in unserer Lounge. Auf 50 Quadratmeter bietet sich dieser Raum durch gemütliche Sitzgelegenheiten, Beamer und integrierter Leinwand optimal für Präsentationen an. Hier kann das Publikum das Event live mitverfolgen oder es können Workshops, Gesprächsrunden und Interviews stattfinden. Unsere Lounge bietet auch die Möglichkeit, sich vor oder nach der Veranstaltung mit anderen TeilnehmerInnen im besonderen Ambiente auszutauschen. Unser 150 Quadratmeter großes Eventstudio ist die Mainstage Ihres Events. Keynotes, Roundtables und Unterhaltungsprogramm werden hier in Ihrem Corporate Design gekonnt in Szene gesetzt. Bis zu drei verschiedene Bühnenbilder sind parallel vor einem Publikum von bis zu 70 Personen möglich. Und das Online-Publikum? Das binden wir natürlich über Leinwände und Fernseher direkt in den Raum mit ein. Die virtuellen TeilnehmerInnen können sich aktiv beteiligen, Fragen stellen, an Gewinnspielen und Umfragen teilnehmen und sich mit anderen Online-TeilnehmerInnen vernetzen. Nach dem Hauptprogramm können sich die Vortragenden für verschiedene Sessions in unsere drei Studios aufteilen. Hier können Sie für Q&As, virtuelle Workshops oder Interviews den Teilnehmenden zur Verfügung stehen. Ebenso bietet sich dieser Raum mit Greenscreen für weitere Streaming-Vorträge an. Dieser Raum ist sehr flexibel konzipiert, sodass man mit verschiedenen Perspektiven oder Hintergründen arbeiten kann. Insgesamt stehen uns in diesem Studio zwölf Kameras zur Verfügung, die auch gleichzeitig in den Stream eingebunden werden können. Alle Räume sind mit professioneller Streaming- und Showtechnik ausgestattet, die von einer zentralen Regie aus gesteuert wird. Das heißt für die Präsenz- und Online-TeilnehmerInnen, perfektes Bild, perfektes Licht, perfekter Ton und ein durchgängiger Spannungsbogen. Für ein kreatives Set-Design stehen wir Ihnen gerne schon vor der Veranstaltung in unserer hauseigenen Werkstatt zur Verfügung. Falls Sie eine interaktive Software, Website, Mobile-App oder ein ganzes Gamification-Konzept für Ihr hybrides Event benötigen, können wir Ihnen Systeme empfehlen oder eines komplett für Sie aufsetzen. Und was es noch zu erwähnen gibt? Die zentrale Lage im 9. Bezirk, ein barrierefreier Zugang, die Anreise, die mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist oder direkt mit dem Auto in die hauseigene Tiefgarage um nur 5 Euro für 24 Stunden. Übrigens, Hotels sind in unmittelbarer Umgebung und bei mehr als 70 Gästen erweitern wir auf das hausinterne Auditorium oder den Festsaal. Wir unterstützen gerne auch Sie bei der Planung und Konzeption Ihres Live-Hybrid-Events. Bis bald im Videostudio Wien!